Wenn das Ding dann so sich bewegt, dann nimmt es ja auf, ne? Ja, UL ist es. Oder ist die schlechtere Qualität, weil alles andere ist ja... Das ist ja aber als Bewegungsmelder, oder? Da wird's UL egal. Da wird's UL egal. Da wird's UL egal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020